Hallo, ein Benutzerfoto auswählen. Manche wollen für die Benutzeranmeldung vielleicht ein Benutzerfoto oder irgendein Bild halt. Ein Benutzerfoto kann man doch recht leicht einstellen. Man klickt auf System, Einstellung, wählt persönliche Angaben und klickt auf das leere Viereck neben dem Benutzernamen. Nun sucht man sich ein Bild heraus, klickt drauf, klickt auf den Button Öffnen, bestätigt mit Schließen. Der kürzere Weg führt über ein Klick auf den Benutzernamen rechts oben und ein Klick auf Über mich. Sichtbar ist das Benutzerfoto auch im Home-Verzeichnis als versteckte Datei namens .face. Ciao und viel Glück! Vielen Dank!